und los geht's hallo Hartz-Teiler hallo war schon Kommer tollen wir mal ein bisschen rumba-bettelfield Prozent Welt so ablosend und los zum hinterher ich habe das nicht so gerne wenn ich hinter mir jemand habe Prozent Prozent ach so ich hab heute mal einen ganzen Tag versucht zu schneiden das ist ganz schön schwer du ja ich hab's äh ich hab auch mal eine längere Zeit äh rumgeschneipert ähm aber wenn du wenn du ein bisschen länger dabei bist dann kriegst du es eigentlich hin also klar ist es halt nicht wie auf dem PC ne das ist schon mein Gott wie weit ist das denn weg ja vor allem wo wollen wir überhaupt hin wow Aua da wird man nicht eigentlich gut oder bin ich zu leise nö ist gut super ich hab auch den Spielsound ein bisschen äh Claymore Klaus ich hab den äh Spielesound auf 30 geschraubt äh so dass man oh da hinten lo- waa waa das war werneut 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 hat mich erledigt ich mich auch werneut diese alte Lacker ähm das war mich eigentlich gut oder bin ich leise ne du bist gut also du bist gut zu hören wie gesagt ich hab den Spielsound auch auf 30 geschraubt so dass das eine relativ gute Mischung ist Prozent um und ich kann nicht gut verstehen also okay aber ich hab die voll die falsche Waffe hier werneut werneut ach wie schmeiß man denn nochmal gerade ah ja so schmeiß man Granaten ja super wo schimmeln denn welche wo schimmelt denn einer rum trollo so und da hinten ich glaub im Gebäude gerade ach da oben ich hab wieder total die falsche Waffe ausgewählt oh Gott Mann ich muss gleich erstmal wechseln so mal gucken oh da hinten kommt auch was da lief doch gerade was pass auf da hinten irgendwie bei den Autos war irgendwas da ist glaube ich einer reingelaufen oder ich sehe doch nichts was war das au da ist einer ja den hab ich bist du Medic? ne ne oder? ne ich bin Schneiber ach ja schna Schneiber Schneiber ne mich mich sonst hätt ich dich jetzt wiederbelebt weißt du wenn du schon die Klasse hättest ah ah ach el botadore el botadore hm hatte mich erledigt mit la blabba guet und Camembert so ähm wo bist du denn? ach da ach so ich wollte die ach so ich wollte ja die Waffe wechseln ähm wo nehmen wir denn iiii ah ne ich wollte auch Pionier heute spielen genau Pionier und dann ja wir haben eine neue Tarnung sehr schön interessiert mich herzlich wenig aber ich will die gelben Pfeile weg haben so äh ja dann kommen wir mal zu dir äh äh el botadore wie war eigentlich dein Fantraf und er hat das so stattgefunden äh ich hab's ich hab's abgesagt weil es hat sich glaube ich zwei oder so oder einer hatte sich nur gemeldet und hab ich ganz zu denen gesagt äh pass auf das jetzt halt wiederholen wir nochmal vielleicht ist es auch zu früh gewesen ähm ja gucken wir mal wie das Video auch wird hier wow super das passt doch ah fuck mit dem Heli so 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 ich werde sie erledigen über es gibt hier war eigentlich dein Fantraf oder gab es auch nicht ich hab' ach so hörst du mich hörst du mich jetzt wieder ist hörst du mich jetzt warte mal nicht ich glaube ich muss sie glaube ich muss das Mikrofon noch mal bisschen lauter waaaaaaaaa bisschen lauter stellen ne das das sprechen jetzt ab und zu mal weg so ach so so abgehackt ja ne ich hab' gesagt äh ich hatte das äh abgesagt weil die zwei drei leutchen da habe ich gesagt dass doch ein bisschen zu wenig geschichten da und dann habe ich dann halt gesagt er dass das ist vielleicht auch zu früh ist deswegen hatte von oben geschossen und wo wurde denn erschossen bei ihr muss erst mal ein loch rein in die wand so ich habe irgendwie so das ungute gefühl wir kriegen gleich kundschaft bei b ja da ist eine kleine klinik aber er ist gut nach oben er war jetzt wenn man die klinik meine klinik eingelaufen so dass ich arke steht so dass ich mich wieder gerecht habe und die klinik und stand mittendrin irgendwo und mittendrin stand nur dabei wo haben wir den jetzt bei biene kommen wir mal oder weiter ja auch ich wurde weg gesnipert von lord huri der steht rechts an den links rechts an dem stein da habe ich nicht auf den vor Ort laut huri laut huri 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 das heißt laut huri kriegt jetzt mal ein besuch besuche ich jetzt mal den laut huri wo war der denn jetzt da war das wird wie ich aber hier rum dünn 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 da hinten ist ein dekurs anzulük dort aber ich bin Panzer einer Nutzung linken hinter dir das war so Kugel-Loturi Aloturi steht hier nicht mehr ist klar dass ich wieder verkrümelt immer noch so über nach A gehen ich hab da was mit für den Panzer kleines Geschenk Kugel-Loturi Yeah, Lorduri und El-Botado, jawoll geil, beide wow, ist der Panzer oben? Er kommt, er kommt ja, ich hab ihn schon getroffen, ich lag auch erobert yeah, awesome so muss das laufen sehr schön er kommt, der Knight Rider oh, was schmeiß ich denn der Granate was, hier guck gerade mal, was da ich vertue mich immer mit zielen, äh mit markieren und Granate werfen das ist so nervig oh, da hinten fallen sie gehen wir mal da hin gehen wir mal gucken Tup 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 ja, wir gucken ob ich heute Abend eventuell dann Battlefield und dann Daylight oder erst Battlefield und dann über auch mein Aiming schlecht und und uh, erst, wie gesagt, erst Battlefield dann Daylight, oh, au, 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 hinter mir hohohohoh Pozul 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 hh mit schabbi erledigt Simon Ramps Popo Popo heute ist nicht mein Bönnchen Tag weil ich war heute auch schon ein paar Leute mit meinem Clan unterwegs okay war nicht mehr feierlich aber der Bus sitzt im Heli das ist natürlich auch geil der Bus sitzt im Heli ähm nicht dass du nicht dass du denkst ich hab gesoffen nein es ist kein Bus der im Heli sitzt sondern der heißt Bus also der heißt irgendwas geht auch kaputt wollte ich gerade fragen was rappelt denn hier ach da links steht ein Panzer den hab ich ja mal gar den hab ich ja mal gar nicht gesehen ich geh mal nach oben fahrzeug schon mal getroffen guck mal was da jetzt abhaut guck mal was da abhaut guck ihn dir an er ist aber schon am qualmen am dampfen ach so ich komm mal zu dich ich komm zu dich Popo ja hier ist wieder der oh hier sind oh zwei Panzer da kommt noch mehr Panzer und ein Jeep kriegen wir jetzt Besuch kriegen wir jetzt richtig Besuch die laufen durch wow da kommt jemand da kommt jemand da kommt jemand da kommt jemand shit Alter wer neut wer neut hat Level 120 der auch keine anderen Hobbys oder ja Mann ah toll jetzt mal der Reflex erst mal mit dem Panzer mhm so wollst du mitfahren ja da ich kann mir äh wie wartet noch mal wartet noch mal die Sicht sich ändern Simon Rams Popo was wo 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 wow ja ich sehn ich sehn oh ich zieh viel zu niedrig wow da ja 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 C4 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 fuck fuck Dirty Dogger Dirty Dirty Dogger hört sich so ein bisschen an wie so ein Eis was man am Kiosk bekommt oder hehehe ich hätte gern einmal ein Dirty Dogger bitte ein Dirty Dogger waa waa oh ich fahr ich fahr nicht ne hehehe oh hm Vorsicht ich hab ne feindlichen Soldatengesicht in Rufe da hinten läuft das schon wieder der mit seinem C4 der kriegt das der kriegt das erstmal alles was der braucht wooo 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 w сос wooo h 8 it wooo wooo w Sven wW naja ja da muss ich dann auch heute Abend mal im Stream nachschauen W Gott, was haben wir denn jetzt hier noch das? Auch super! Juhu! Hab' mir noch nie gefahren! Was ist denn das? Oh Gott! Oh Gott! Ich weiß nicht, was ich da tue, ne? Ich sag's denn nur, also... Also viel passieren kann nicht. Juhu! Haben wir mal rein von dem Ding, das ist echt gut. Waha, Juhu! Ende. Aber eingepackt habe ich gut, wollte ich gerade sagen. Also muss man immer sagen. Feierwerk! Juhu! Feierwerk! Waaay! Oh, schade, ich dachte, das Pflicht nochmal nach oben. So ein Feuerball-Junge. Ende. Ah, hier kann man schon nicht so lange einnehmen, das war super. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. So. Ja. Ich mag Sylvium. Ja, mein Sohn, das tust du. Oh, da, 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 da! Oh, da, da, da! Oh, da war schon einer von uns. Aber die Punkte nehmen wir noch mit. Und dann ist die Runde auch schon so gut wie vorbei. Ah, und die Aufnahme auch! Wie geil! War ja ne Kurzrunde. Ja, definitiv. Ah, unser Team hat verloren. Weil wir so kläglich gespielt haben, wir beide. Wir sind ja nicht die Pros. Die Mega-Pros. Die Mega-Pros. Deine Fähigkeit ist immer noch höher als meine. Die Mega-Pros.